Katha Nr. 5 im Sete Yayo heißt Kesa Gidi. Kesa ist so eine Umhänge von den Buddhisten und das Kesa geht von hier nach dort. Der Schnitt geht in die Schulter rein und an der Hüfte wieder raus. Erste stehende bzw. gehende Katha im Sete Yayo und ich probiere sie mal so lang. Der erste Schritt ist in allen Sete Kata immer ein Unbeteiligter. Das heißt, wir haben nicht vor, jemanden zu töten, mit jemandem zu kämpfen. Wir sind unbeteiligt. Der zweite Schritt, wenn der Fuß vorne ist, aber noch kein Gewicht drauf, dann gehen die Hände ans Schwert, weil wir jetzt wahrnehmen, dass dort einer ist, der uns gefährlich werden kann. Während das Gewicht vom Hintern nach dem vorderen Fuß geht, ziehe ich aber nicht raus, sondern nur so weit, dass ich mit der linken Hand noch den Winkel vorgehen kann. Dann drehe ich mit der linken Hand das Schwert ganz rum, gehe vor mit rechts und schneide nach oben. Ohne mich dabei nach oben zu bewegen. Dann drehe ich beide Hände rum, Schwert und Zahler, greife zum Schwert und schneide. Die Zucker endet vor dem Bauch, die Spitze außerhalb des vorgestellten gegnerischen Körpers. Leicht und schräg, weil ich ja von der Seite schneide. Der Blick ist immer noch geradeaus, wenn man den Gegner spielt daher noch. Jetzt sind wir in sich zusammen. Ich gehe zurück in den Hasso-Kamai. Entspannte Haltung, denn nur aus dieser entspannten Haltung heraus kann ich schnell kontern, wenn ich jetzt nochmal schneiden müsste. Wenn ich so mache, dann muss ich erst die Spannung lösen, bevor ich dann schneiden kann. Also entspannt. Die linke Hand ist vor dem Solarplexus, die Zubau ungefähr in Mundhöhe, das Schwert leicht schrägert hinten. Gleiche Haltung wie beim Zurückgehen bei späteren Kater. Und von hier aus mache ich Ochi-Publi. Die linke Hand geht. Zweite Ausnahme auf die Sanna. Drücken Sie nach unten. Und wieder Sanchin. Die Spitze des Schwertes zeigt auf den Gegner. Mein Blick auch. Und meine Energie vom Hara aus geht dorthin. Zwei, drei Atemzüge. Und Noto. Rechte Hand lösen. Und zurückgehen. Linke Hand lösen. Ich versuche es nochmal nach vorne. Ich hoffe, die Kamera macht das mit. Zwei. Zehn. Und ich, ni, san… Zwei. 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 Fertig. Danke schön.